Musik Moins und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play von Payday 2 Wir machen heute eine kleine Challenge, ich weiß ihr habt sie eigentlich schon im letzten Mal gesehen Aber leider durfte der Run nicht gewertet werden, weil ich einen kleinen Fehler gemacht habe Und heute mache ich es auch noch ein kleines bisschen spannender Ich mache folgendes, ich mache diese Challenge ohne Hat, bringe 2 extra Punkte Es wäre noch schwerer, 3 weitere Punkte würde es geben, dafür dass ich mit 75 Detection spiele Und weitere 3 Punkte, wenn ich mit der Improved Combined Tactical West spielen würde Das heißt das Maximale was man bekommen könnte wäre, so wie ich jetzt spiele ohne Hat Zusätzlich noch mit der fetten Rüstung Aber da ich kein Geistesgestörter bin, der den Rest seines Lebens dafür das probieren will Mache ich es mir jetzt, ich sag mal simpel Mach erstmal das hier Sehr gut, der ist auch schon das andere Es läuft, ich muss sagen, es läuft Und zwar, ich möchte euch kurz erzählen, warum dieser Run nicht gewertet wurde Weswegen ich auch dieses ganz kleine Problem jetzt hatte Ähm Ich habe die Beschreibung des, äh, der Challenge nicht ganz richtig gelesen An dieser Stelle danke nochmal an meinen Kleinleiter, dass du mich darauf hingewiesen hast Sonst hätte ich jetzt ein Problem und wäre schon beim zweiten Rendern Und zwar bevor, ihr erinnert euch ja, ich hatte irgendwie 3 von 4 Sachen oder so Und dann hat ich schon angefangen die Wagen zu öffnen Das dürfen wir nicht, wir dürfen erst einen einzigen Wagen öffnen Oder generell irgendwelche Wägen öffnen Sobald wir alles, uns da wirklich alle 4 Teile haben zum generellen Öffnen So, wir haben jetzt 3 von 4 Teilen Das heißt, jetzt dürften wir noch nix öffnen Oh oh Puh, das war knapp Perfekt Ohne Scheiß, Leute Einfach perfekt Ich möchte es einmal ganz kurz im Video zeigen Ich werde damit jetzt nicht weiterspielen Nur damit es jetzt einmal gezeigt wurde Nicht, dass jetzt irgendjemand wieder sagt so Hey, das zählt jetzt nicht Oder, wie soll ich sagen Also, ihr könnt sehen Ich habe alle 4 Teile Weiter geht's So, die beiden Sachen mal zu kurz überlegen Aber eigentlich habe ich das zweite Ja, das zweite habe ich geholt Hoffe ich jetzt einfach mal Sonst habe ich ein kleines Problem Gut, alle 4 Teile Das heißt, wir dürfen jetzt auch die Trains öffnen Das heißt, ich spiele jetzt einfach genauso weiter Wie ich jetzt auch vorher gespielt hätte Gut Oh Gott, das Hacken hier ist das Allerschlimmste Das dauert immer so lange Und man weiß einfach nicht, wann es fertig ist Jetzt, oder? Okay Oh Sehr gut, Zusatzloot Yes Zusatzloot Aber, warte Ich muss kurz überlegen Also, da das Wenn das Zusatzloot dem D-Tranker ist Dann ist es in Anführungszeichen Ein kleines bisschen ungünstig Weil zu dem jetzigen Zeitpunkt Wissen wir ja noch nicht Wo wir den Scheiß hinbringen müssen Es ist ja entweder Boot Oder Truck Und Wenn ich jetzt, sage ich mal Zum Boot bringe Mache ich mir halt einen fetten Umweg Wenn ich das halt jetzt Dort hinbringen könnte Weil die Wege sind ungefähr alle gleich weit Das müsst ihr euch wie mit einem Kreis vorstellen Ihr befindet euch jetzt genau im Mittelpunkt Und würdet dann Quasi Links Auf den einen Kreis fahren Und müsst ihr dann genau im Radius D Wieder den Scheiß durchqueren Das möchte ich nicht Das heißt, die Taschen werden jetzt erstmal nur hier hingepfeffert So wie meine Schwester immer ihre Sachen in der Bude rumliegen lässt Einfach draufgeklatscht Und ich werde da mal weiter stafeln Und gucken Was unsere Fluchtmöglichkeit Beziehungsweise was unser Fluchtfahrzeug ist Ich hoffe ja sehr Es ist das Boot Das Boot ist einfach immer leichter Und auf jeden Fall besser zu transportieren Als der Scheiß Van Van braucht halt immer so lange Aber ich muss sagen Ich weiß nicht wieso Aber Irgendwie finde ich es mit Hat irgendwie gar nicht mehr So schwer So Jetzt frage ich mich halt nur Also das Ja, ich darf das öffnen Die Sache ist halt nur jetzt Da hinten Sehe ich kein Sack Panel Aber ich kann mir auch nicht vorstellen Dass Gerade Oh Das war noch knapper Da wette ich mit euch Das waren jetzt die berühmten 99% Die ich jetzt hier hatte Bitte Lass es den Hafen sein Spiel Aber ich kann mir halt einfach nicht vorstellen Dass genau die beiden hier Die beiden leeren sind Tatsache Das sind die beiden leeren Nicht witzig eigentlich Nicht witzig Direkt wieder hier runter gehen Und Oh da drüben ist unser nächstes Sack Panel Wo wir hin müssen Da gehen wir auch direkt hin Was spottet mich Das Teil da Kann ich hier hingehen Ohne gespottet zu werden Ja kann ich Jetzt habe ich halt nur ein Problem Wenn jetzt von hinter mir einer kommt Von hinter mich Ja Dann habe ich Tatsächlich ein riesen Problem Ich hoffe jetzt einfach mal Ich bin hier nur mit Okay Und da wäre auch schon gewesen Der kleine Ronnie Okay Camps sind aus Bei der Gelegenheit Mache ich nämlich auch noch gleich Den hier drüben auf Da hier gerade keiner ist Macht es leichter Weil wenn man jetzt einmal die Chance hat Dann sollte man die denke ich auch nutzen Gut So jetzt Bus Äh Bus Gott Äh Boot Ja Komm jetzt Bane Halt Sorry Bane Shut up Hallo Ich habe hier die Bombe Wo ist denn mein Fluchtwagen Ich glaube Bane ist wieder beim Google suchen nach How to cook meth verloren gegangen Aber vielleicht sagt das man ja jetzt Bane? Also ich habe jetzt ein kleines Problem Leute Ich weiß nämlich nicht wo Ich den Scheiß hinbringen muss Jetzt mal ohne Scheiß Bane Verarsch mich jetzt nicht Wo muss ich den Müll hinbringen? Du mieser Wichser Der hat mich verarscht Ah Nee Dieser kleine Kleine Flachwichser Gut das Problem ist jetzt halt Gut die gute Nachricht ist Es gibt halt nur zwei Spawns Wo er kommen kann Das ist einmal hier oben Oder halt einmal ganz da unten Okay er ist hier oben Na natürlich ist er hier oben Wo soll er denn sonst sein? Äh Das wird ein echt langes Ähm Gebringe durch die Kanalisation geben Das kann ich jetzt schon sagen Immerhin Auch wenn mich jetzt Bane verarscht hat Jaja Bane Es ist Mellertag nicht 1. April Du kleiner Schlawiner Weiß ich immerhin Wo ich lang muss Bei Gelingert bringe ich auch schon mal Die beiden Bobbenteile Wenigstens Hier hin Achso Aber die gute Nachricht ist Ich muss Also die schlechte Nachricht ist klar Ich muss jetzt Ähm Acht Teile unten lang bringen Weil die beiden Teile Ganz da hinten Plus den 6 Zusatzzut Vom Zug da drüben Aber die gute Nachricht Ist eigentlich Er Dass ja Da die beiden da drüben leer sind Und der Zug hier ist Habe ich jetzt schon mal 10 von Oh Gott Ich will jetzt nichts Falsches sagen Äh Jetzt muss ich kurz überlegen Es gibt jeweils 6 Zusatzzutaschen Komme ich auf 12 Sind 14 Von 6 Zusatzzutaschen Habe ich insgesamt Genau die Hälfte eigentlich Ja Ich hab die Hälfte Ich muss noch die Hälfte Unten lang transportieren Oh ne Worst 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 Cut doch schneller Ich hab doch keine Ahnung Wann hier der Typ kommt Ich find das hier immer Am schlimmsten zu machen Ich will jetzt aber halt Auch nicht hier hinwerfen Weil das Problem ist Dort hinten ist ja einer Und der sieht das halt Ich denke ich werde mich dann Da hinten langs delfen Dann klatscht das nämlich Wartet nicht hier hin Sondern hier hin Weil da könntest du die Gats Nämlich auch wirklich Gar nicht spotten Da hin Da hin Jetzt nehmen wir den anderen Ich möchte an dieser Stelle Mal meinen Klassenkamerad Jan S. grüßen Hallo Jan Wie geht es dir Ich hoffe du hast den Männertag Nüchtern Ah gut nüchtern Hat das sowieso nicht Überstanden Aber Ich hoffe du hast jetzt Wenn du dieses Video schaust Äh Sitzst du nicht gerade auf Klo Und kotzt Es ist schon schlimm genug Dass du meine Videos anschaust Während du kackst Also Ja Hoffen wir einfach mal Dass du jetzt gerade Nüchtern bist Wie gesagt Heute ist ja Männertag Wo ich das aufnehme Und da wäre einfach mal Meine Frage an euch Was habt ihr jetzt Eigentlich am Männertag gemacht Weil ich kenne sehr viele Die sich jetzt Während des Männertages Besoffen haben Ich kenne auch jemanden Der sich zu 100% Mit der Bong Komplett wegschießen wird Da kann ich auch gleich mal sagen Also ich weiß Entweder werde ich jetzt Von euch bewundert Oder aber wieder verspottet Einzumweinen Aber ich Wenn Ich trinke kein Alkohol Ich rauche nicht Ich kiffe nicht Ich mache Ich nehme einfach nichts Ich bin eigentlich So clean wie geht Was unter anderem daran liegt Dass da meine Eltern Wie in sehr vielen anderen Bereichen Sehr streng sind Und Die Konsequenzen Einfach In Relation zu der Wirkung Die sie Die diese Stoffe auf mich hätten Es einfach nicht wert sind Dass ich sie Konsumiere Also Alkohol darf ich trinken Aber ich habe mich Ich habe insgesamt Zweimal wirklich Alkohol getrunken Das hat beides mal Im Blackout bei mir geendet Und zwar wirklich im Blackout Und Wie sagt man so schön I don't want Relifted Experience Es war eine interessante Erfahrung Da kann ich auch gleich Immer wieder erzählen Ich habe die Story Zwar schon tausendmal erzählt Aber es war einfach zu schön Ich habe ja zweimal Aufgenommen Einmal Habe ich ja diese Payday Challenge gemacht An dieser Stelle Mein Clan Leiter Wenn du wirklich Langeweile hast Du kannst ja mal schauen Das war die Challenge Die ich ja gemacht habe Ähm Mit Alkohol trinken War auf jeden Fall Definitiv eine sehr interessante Challenge Habe ich Ich habe es sehr genossen Aber ich habe dann am Ende Mich einfach so weggesoffen Dass ich am Ende einfach Ein Blackout hatte Und ich habe auch im Video gekotzt Das muss jetzt nicht sein Das musst du dir nicht anschauen Da kannst du ruhig weglicken Aber Das war das zweite Mal Und das war wirklich Allerste Mal Es war an einem Sonntag Ich weiß es noch ganz genau Es war an einem Sonntag Mein Vater kommt so zu mir hoch Und meint sich Jo Olli Trink mal zusammen ein bisschen was Und ich meinte Ja komm Warum nicht Hat mein Vater mir Portwein gegeben 20 Volumenprozent Mega geil An alle die Alkohol Die gerne Alkohol trinken Und uns Ganz kleines bisschen süßer mögen Ich kann es euch nur empfehlen Es ist absolut Es ist ein absolut Großartiges Getränk Also ich persönlich Hab da Kann ich einfach nur machen Es ist wirklich geil Also an alle die noch Kein Portwein getrunken haben Es ist eines der Sachen Oder eine der Sachen Die ihr definitiv machen solltet Bevor ihr sterbt Weil Und ich hab mich jetzt Übrigens umentschieden Ich werde nicht unten lang gehen Ich werde jetzt wahrscheinlich Hier lang stealthen Ich weiß halt gerade nur nicht Ob sich das mir anbietet Aber unten hab ich dann halt das Problem Unten hab ich zwar Einen relativ langen Safe Weg Und hier oben ist der zwar Relativ risky Aber da müsst ihr halt erstmal Rüber zum Meer bringen Dann wieder runter bringen Und so alles Das möchte ich nicht Da finde ich das hier Auch wenn es jetzt ein bisschen More risky ist Eigentlich an sich besser Ich mein hey Ein Hur auf das Risiko Deswegen bin ich Parkourer Leute Und ich hoffe übrigens Ich konnte das Video Bis hierhin auch schon Relativ gut gestalten Wenn ja Lasst der Bewertung da Und so Nein Ich bettel weder nach Abos Noch nach Likes Das einzige worum ich euch Wirklich bitte ist Einfach mal eure Wertung Zu dem Video In die Kommentare zu schreiben Ich bitte euch nicht Daumen hoch oder runter Aber wirklich Weil ich hab einfach Ich möchte nicht mal Likes sehen Ich hab inzwischen auch aufgegeben So meine Aufrufe Die ich pro Videos kriege Sind jetzt in Relation Zu früher echt scheiße Aber ist mir eigentlich Ziemlich egal Ich mach YouTube aus Spaß Aber was ich wirklich Wissen will Ist wie ihr meine Videos Empfindet Ob ihr die scheiße findet Ob ihr die gut findet Ob ich was verbessern könnte Was soll ich euch Vielleicht als nächstes machen Das sind solche Sachen Die mich persönlich interessieren Da ich schon Gerne auf meine Zuschauer Eingehen würde Weil Auch wenn ich nie auf Kommentare Antworte oder sowas Und auch wenn ich Relativ selten Kommentare lese Das liegt einfach daran Dass ich halt keine kriege Und ich würde es eigentlich Schon dieben gerne lesen Weil Wenn mir jemand schreibt Gutes Video Dann werde ich jetzt nicht antworten Sowas wie Danke Dann weiß ich halt einfach Gut Ich hab meine Sache gut gemacht Ich muss nichts besser machen Ich werde auch auf Kommentare Generell nicht antworten Weil dazu bin ich zu faul Und Das Ich find's einfach Ich find's schön Dass ihr immer was schreibt Und so Und bitte bemerkt euch Der folgende Egal was ihr schreibt Und egal wann ihr es schreibt Und wie ihr es schreibt Ich werde es wahrscheinlich In den nächsten 24 Stunden Gelesen haben Aber was ich halt Nicht mache Ist halt antworten Weil wenn ich das gelesen habe Weil Wenn ich halt Vorschläge kriege Zum Beispiel sowas wie Spiel dieses Spiel Oder sowas Ich werde die Kommentare Wenn sie wirklich interessant Und wichtig waren Im nächsten Video ansprechen Das kann ich sagen Aber ich werde jetzt Nicht so direkt Und die Kommentare Irgendwas drunter ballern Oder so Weil Keine Ahnung YouTube ist für mich einfach Lad deine Videos hoch Wenn du Bock hast Und worauf du Bock hast Und wann Ja Wann Und worauf du Bock hast Das ist für mich YouTube Und Ich bin ganz ehrlich Meine Abos sind mir eigentlich Komplett scheißegal Also jetzt nicht im Sinne von Meine Abonnenten Die mich abonniert haben Sind mir scheißegal Sondern die Anzahl Meiner Abonnenten Sind mir egal Wenn ich jetzt halt nur Drei Abonnenten habe Dann habe ich halt nur Drei Abonnenten Wenn ich jetzt Einen tausend habe Dann habe ich halt Tausend Abonnenten Und wenn ich halt jetzt Oder wenn ich jetzt Permanent null Klicks Kriegen würde Dann habe ich halt null Klicks Das einzige Was ich halt machen möchte Ist halt Für alle Leute Die meine Videos Tatsächlich schauen Und die wirklich Bis hierhin geschaut haben Die sich dieses Video Tatsächlich antun Und nicht irgendwie Nur reinschreiben Keine Ahnung Guter Job Und sowas Da möchte ich einfach mal Danke sagen Danke an dieser Stelle Ich hoffe Ihr werdet mir auch Weiterhin zuschauen Oder nicht Ich hoffe Ihr werdet mir Weiterhin zuschauen Ich hoffe Ich Kann euch gut unterhalten Ich hoffe Ich beschere euch Ein Grinsen auf dem Gesicht Und ich hoffe Ich kann das noch Viele weitere Male machen Und ich denke Ich werde jetzt Nicht auch mal Ich werde jetzt auch mal Etwas ruhiger Weil ich will Jetzt diese Challenge An dem Punkt Wo ich mich jetzt Momentan befinde Doch nicht mehr verkacken Das wäre einfach Zu beschissen Ich gehe jetzt einfach Direkt hier rüber Ich meine Unten rum Muss ich ja sowieso Und da war gerade Eine Guard Also verbinde ich gleich Das Weniger Angenehme Mit dem wenigstens Nützlichen Also ich habe da Hinten jetzt Alle zwei Bomben liegen Ne habe ich die Nicht sogar schon Secured Ich weiß es gerade Ne die habe ich noch Nicht secured Genau Jetzt muss ich doch Mal ganz kurz gucken Okay es sind zwei Taschen Okay Okay Dann ist gut Ich hätte jetzt ganz kurz So einen kleinen Schock Dass ich vielleicht Noch nicht ganz zwei Taschen Habe Ich muss jetzt halt Nur aufpassen Dass ich jetzt Nicht mehr gespottet werde Hier unten ist für mich Immer der worst part Ich wurde zwar tatsächlich Noch nie gespottet Aber ich glaube Ich habe noch nie So viele Momente erlebt Wo es Auf die 99% zu ging Gut Drei Taschen Eins Zwei Und Oh Schneller Gut Äh Ich gehe mal hier lang Weil hinten links Ist ja mein Wind Und Dieses Video Muss jetzt aber Gewertet werden Das sage ich gleich Na gut Nein Es muss nicht Aber es wäre nett Und Bevor Ich jetzt hier Irgendwie Stress mit Meinem Kleinwember Anfange Nein Keine Sorge Ich bin dir nicht böse Und so Im Gegenteil Du hast vollkommen recht Ich hätte besser lesen müssen Und es war Und wie gesagt Wenn es mir keinen Spaß Machen würde Dann würde ich es ja Auch nicht machen Das Einzige Was ich jetzt halt Gucken muss Ist dass ich jetzt Nicht gespottet werde Ich habe Ich muss ja wenigstens Einmal wissen Wo diese Guard ist Ich stelle mich jetzt Einfach mal ganz kurz hin Und hoffe jetzt mal Dass ich die jetzt spotte Habe ich nicht Okay Wie gesagt Es sind drei Ich habe Total diese Beschissene Camp vergessen Fuck Also die gute Nachricht ist Das ist die Guard Die schlechte Nachricht ist Da ist die Cam Und die Cam Und die Cam ist richtig beschissen Dass ich jetzt Taschen Transportiere Wer jetzt schon Keinen Bock mehr hat Weil der Rest des Videos Die ich mir denke ich mal Auch richtig verdient habe Wir sehen uns beim nächsten Video wieder Bis dahin Haut rein Ciao Boah Ich habe so einen Hunger Ich habe heute nichts Zum Abendbrot gegessen Ey Mein Abendbrot Bestand eigentlich Quasi aus Chips Boah Ich glaube Hiernach gehe ich mir Erstmal runter Irgendwas snacken Ach gucke mal Es ist jetzt gleich ein Uhr Ey Nicht Nicht den ECM setzen Ich brauche ihn ja nicht Und ich will mich ja an diese Challenge halten Boah Boah Alter Diese scheiß Props Scheiß Specs Warum rollen die runter Unter Das war's für heute. Natürlich. So, das war alles. Ich möchte kurz nur sagen, weil ich hab jetzt keinen Bock, das später nochmal zu machen. Ich hab wirklich alle... Ach, wobei, nee, komm. Bevor mir der Run nicht gewertet wird. Ich werde es gleich deaktivieren. Gut, also, das war's jetzt wirklich endgültig von mir. Full Loot. 9,7 Millionen. Und das war's jetzt endgültig von mir. Ich bin jetzt Haus. Haut rein. Ciao.